Ihr Lieben, es ist wieder soweit, das Geschenkeangeln hat begonnen. Also raus mit der Stippe, ran an den Moskito, right now, right here, genau an diesen Platz und dann zack, reingeschmissen mit der Stippe und versuchen Geschenke zu angeln. Gucken wir uns das Ganze nochmal ein bisschen im Detail an. Wie funzt denn das Ganze mit den Geschenken? Und zwar haben wir ja hier an dem Schild auch ein paar Infos. Zack und da oben steht es, Neujahrsgeschenke 2022, also rein ins nächste Jahr. Angeln Sie mit einer Stippe an der festlich dekorierten Stelle, hier direkt eben an dem Moskito, mit der Chance wertvolle Geschenke zu fangen. Die Aktion dauert bis 10 Uhr 11.01. Also wir haben noch einige Tage Zeit, um hier an der Stelle einige Geschenke rauszuziehen. Fünf Stück von diesen blauen Säckchen mit dem Stern drauf, drei Stück von dem grünen Säckchen mit dem Stern und dann geht es hier weiter. Ihr seht es, zwei Stück von dem roten Säckchen. Einmal, einmal. Das habe ich sogar schon gerade gefangen. Dann hier jeweils 1.11. Eins davon habe ich auch schon gefangen. Habe ich gerade erst gesehen. Eins von dem Premium habe ich sogar auch schon gefangen. Und dann ist hier nochmal eins, was eben nur Premium ist. Also auch nur für Premium. Aber das Schöne ist, es sollen ja auch in den Säckchen Premium-Tage drin sein. Wäre doch gar nicht so schlecht. Jetzt stellen wir vor, man fängt hier so ein Premium-Säckchen, kriegt auch noch Premium. Oder man gönnt sich gerade mal eben Premium im Sale. Könnte man natürlich auch machen. Und auf einmal hat man hier die Chance auf richtig geilen Shit. War das nicht so, dass man sogar eine Venga stippen konnte? Hm? In schwarz? Ist ja der Hammer. Ich habe übrigens hier, ähm, ich habe mir hier ein ganz simples Set zusammengebaut und habe dabei tatsächlich auf nicht so vieles geachtet. Also nicht darauf, dass ich jetzt hier besonders effektiv oder so, oder hier in großer Frequenz und solche Sachen, sondern einfach nur, ähm, naja gut. Ich habe kleine winzige Haken, habe ich genommen. Ich habe die Haselnussrute genommen, die es gerade im Weihnachtsmarkt gibt. Die hat eine Tragfähigkeit von 6,5 Kilo. Ähm, wir können ja mal eben gucken. Hier nochmal eine Monoschnur draufgeballert mit 6,2 Kilo und dementsprechend ab dafür. Wie gesagt, 20er Haken, Tiefe 17 Zentimeter, gar nicht tief. Regenwurm draufgeballert, davon habe ich jede Menge. Ihr könnt natürlich auch irgendwas anderes nehmen, Eierteich oder so. Wovon ihr wahnsinnig viel habt. Und, ähm, ja, dann einfach mal rein damit. Wie gesagt, eine Route hier an der Stelle. Ähm, und dann lüppt der Lachs auch. Und dann, ja, ich glaube, so ein Gezuppel hier ist schon wieder verkehrt. Die Geschenke zuppeln gar nicht so. Das heißt, wenn ich hier sowas habe, so ein ganz kleines Gezuppel die ganze Zeit, dann lasse ich es. Warum nehme ich einen Wurm? Ähm, ihr habt nicht so Bock auf Rotaugen. Rotaugen zuppeln auch so ewig lang. Karauschen auch schon mal. Ähm, deswegen lieber einen Wurm. Da gehen eher die Schläfergrundeln dran. Oder die, ähm, die Barsche beißen da drauf. Und dementsprechend zuppelt es relativ schnell. Ihr seht es hier. Ähm, das sind die Fische, die jetzt nebenbei reingeballert sind bisher. Wie lang bin ich jetzt hier? Knapp eine halbe Stunde. Und ich gucke gerade mal ins Inventar. Sehen wir die denn im Inventar, die Säckchen? Ne, ne? Doch, hier, Geschenke. Ha! Da sind sie. Die Geschenkbüttel. Die drei Geschenke habe ich bisher. Steht dann da irgendwas dran? Beutel mit Geschenk. Bla, bla, bla. Was ist drin? Öffne es. Alles klar. Ich glaube, ich öffne. Ich sammle erstmal und öffne dann. Oh! Öffne dann gemeinsam. Ähm, keine zu leichter. Echte Rute nehmen. Dran denken. Die Dinger. Achso, gucken wir mal. Steht da was dran vom Gewicht. Die haben aber Gewicht. Die ziehen tatsächlich ein bisschen runter. Ne, steht nichts dran. Aber man merkt das tatsächlich. Also wenn da was dickes dran ist. Die Rute geht ja schon hart in die Eisen. Und, ähm, es gibt ja auch. Oder es gab zumindest letztes Jahr. Gab es ja auch diese, diese, diesen Trostpreis. So ein dickes, fettes Gewicht. Und, ähm, das muss man ja auch rausziehen können, ne? Das muss ja alles klappen. So, wenn das hier so wegwandert, machen wir, Alter, ist es so viel Wind. Daran, deswegen wandert es gerade. Starker Wind gerade. Ja, und so lübt das Ganze hier. Also eigentlich nur hier an der Stelle stehen. Man kann, glaube ich, auch die Rute abstellen. Man stellt sich hier hin. Ich habe nochmal ein bisschen extra Beleuchtung hingemacht. Gerade jetzt hier in der Nacht, dass man genug sieht. Und dann zieht das Ding halt irgendwann ordentlich runter. Man kann sich natürlich auch hier vorne hinstellen. Also die ersten Päckchen, die habe ich alle von hier jetzt gerade schon gefangen. Rausziehen können. Und dann lübt das Ganze auch. Wo wir jetzt hier so gerade stehen. In, äh, trauter Stippsamkeit. Dankeschön, ihr Lieben. Dankeschön für dieses geile Jahr. Ähm, ich streame natürlich auch noch jetzt in den nächsten Tagen. Gerade erst aufgestanden. Erstmal direkt einen Kaffee gemacht. Stippe raus. Und natürlich das Video aufnehmen. Dankeschön für den Wahnsinns-Support. Dankeschön fürs Einschalten. Ähm, es kommen immer mal wieder so die Fragen. Ja, wie kann ich supporten und so weiter. Leute, einfach, einfach auf die Videos klicken. Anschauen. Gerne einen Kommentar drunter schreiben. Ist der geilste Support. Ist das Beste, was man machen kann. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, das hilft wahnsinnig. Das hilft wirklich wahnsinnig. Und, ähm, ja. Ja, das ist so eigentlich mit das Geilste. Äh, im Stream vorbeischauen. Mal kurz irgendwie Petri da lassen und so Sachen. Das ist doch schon das Allergeilste, dass wir einfach schön hier zusammen uns austauschen miteinander. Und, ähm, das Game genießen können. Vielen Dank dafür. Ich freue mich auf die nächsten Jahre im Game. Da geht doch noch einiges. Guck mal da, Alter. Da kommt noch gerade die Werbung rein. Gold und Premium reduziert. Premium 25 bis 40 Prozent. Gold 25 Prozent. Also, wenn man sich jetzt nochmal ein bisschen was gönnen will. Oder, ich sag mal, so eine Handvoll Gold. Man muss es ja nicht übertreiben. Aber so ein paar Kröten, um auch mal, ähm, die, die, äh, Skillpunkte zurücksetzen zu können. Ha! Macht so im, im Mid-Level vielleicht mal Sinn, wenn man, es gibt ja einmal das große Zurücksetzen. Aber wenn man dann doch irgendwann mal vielleicht ein bisschen was anderes skillen will. So eine Handvoll macht da schon Sinn. So eine Handvoll an Talern. Ja, jetzt mit dem Wind bin ich gerade ein bisschen unzufrieden. Das mag ich ja nicht so beim Stippen. Ich meine, wir könnten das natürlich einfach hier stramm ziehen. So, wir ziehen das hier stramm. Runter. Und lassen das so stehen. Und wenn da jetzt gleich was zuppelt, kann man immer noch aufheben. Und durch diesen Aufheberuck sollte vielleicht auch schon gehakt werden. Wir können auch mal eben kurz drauf gucken. Also, so ist die Rute zusammengebaut. Kleines, feines Ding. Ist halt die Haselnussrute. Dass sie nicht bricht, bin ich natürlich mit der Schnur unter der Tragfähigkeit. Gerade beim Stippenzusammenbauen ganz wichtig. Ich hab kein Vorfach dran. Ich hab einen kleinen 24er Haken dran. Damit ich doch vielleicht eine etwas höhere Frequenz habe. Ähm, ich will auch hier keine dicken, fetten Brocken rausziehen. Irgendwelche Fische oder so. Man kann natürlich sich auch hier einfach hinstellen und versuchen, Giebel und Karauschen zu angeln. Macht man noch ein bisschen Kohle nebenbei. Heißt also, so einen Quarkteig jetzt gerade rausballern. Haferbrei oder sowas. Ähm, vielleicht da einen Viererhaken nehmen. Und dann mit diesem gleichen Set, ähm, einfach Karauschen hangeln. Und dann hat man zwischendurch mal ein Geschenk dabei. Macht man zum einen ein bisschen Kohle, zum anderen die Geschenke noch mit dazu. Dann lohnt sich das doch auch. Ähm, ja, 17 Zentimeter Tiefe habe ich gerade. Und dann ab dafür. So soll das gehen. Ich angle nochmal ein bisschen. Ich hoffe, da geht gleich noch ein bisschen was rein. Und, ja, dann gucken wir mal, ob die Rute noch bricht. Zack, Alter, das war aber jetzt ein Biss. Was haben wir denn da jetzt dran? Na, ist das ein Geschenk? Ui, 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 da kommt der raus. Alter, das ist kein Restmüll aus Tschernobyl oder weiß der Geiermann. Das ist, Alter, da haben wir doch so ein Säckchen. Juhu. Komm, 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 komm. Da ist es. Perfekt. Und eingesackt. Ab in den Rucksack und weitermachen. Raus damit, ihr Lümmels. Ja, Petri, schöne Festtage. Gönnt euch. Und wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Bis zum nächsten Mal.